Eleganz in allen Dingen. Krom, fokus. Lass gehen. Ich bin sehr zeitintensiv und nicht zeitlich effektiv. Aber so spare ich mir das hier nochmal entdeckt zu werden. Jetzt geht ihr zwei Neuschluck nach vorne. Und Alkohol hoch mit ihr. Da ist der alte Mann. Sieht, wie sie ihn auf dem foreign Schiff bringen. Ein Portugieser-Vessel. Und ein großer. Ich weiß nicht, was wir hier entdeckt haben. Ich weiß nicht, was wir hier entdeckt haben? Woist die Anker! Set die Sails! There goes the ship. And the old man with it. What about Yuki-chan? Was she also on board? There she is. Looks like they left her behind. Most likely as bait, in case her men fail to capture us. You expect another ambush? Either way, we should proceed with caution. A checkpoint at the bridge. We must head through it if we wish to reach the harbor. More of them at the market. Looks like they've taken over half the town. A disguise would be useful. A friend at Misugi's Inn would have one ready for me. Alternatively, we could visit Lord Kazuma's estate. The staff will have Washing hanging out for the taking. I'm glad that we have allies here. Now, let us proceed and free Yuki-chan. So, we are going up against your old sensei now? Much as it pains me. It appears that way. What could have made her fall in league with Kakisama? A question that I would have answered very much, after we have rescued our friends. To Noichi especially. To Noichi! To Noichi! To Noichi! To Noichi! To Noichi! To Noichi! It seems it's... Morning, it's my first time! Why are you there that I had to choose, Yuki-chan. That's me, I don't see him. Wait, wait! Jetzt kommt doch keiner von euch auf die Idee, mal da reinzugehen und nachzuschauen, oder? Dann kannst du hierher, das sind die Nächsten. Da dürfte uns auch niemand sehen. Du kommst mal hier auch mit runter. Achso, ist nur die Frage, wo wir uns zuerst hingehen. Ich bin jetzt intuitiv einfach mal in die Richtung gelaufen. Aber wir können ja theoretisch auch in die andere Richtung gehen, hier nach unten und uns da erstmal was holen. Theoretisch können wir hier auch zuerst hingehen. Weißt du was? Dann gehen wir doch erstmal da hin. Weil da oben lang bin ich jetzt auch gelaufen für die Speedruns. Machen wir doch mal ein bisschen Abwechslung und räumen erstmal dieses Viertel da aus. Was denn der ist am Reiter? Ich fand ja unglaublich die Stimme, das werden wir jetzt erst auf. Ich bin, äh, ein bisschen begeistert. Ach genau, da hat man den hier auch noch stehen. Da kommen wir doch erstmal rum, indem wir... Nehmen wir mal Aiko. Mit Aiko hier durch die Gebüsche entlang getigert sind. Eine elegante Lösung. Die Skye würde mich in der Mitte warten. Da war ich wieder mal zu schnell. So, deine Lady Chiyo, ist sie gut mit den Skyeisern, auch? Oh, ich kann mich sogar sogar mit ihrer... Da war ich wieder mal zu schnell. Oh, ich kann mich sogar mit ihrer... In fact, ich könnte sie gerade jetzt sein, und du würdest es gar nicht erkennen. Ah, sehr lustig. Wenn ich dich in der Verkaufung habe, werde ich deine Hände haben. Bitte, mein Herr, ich würde niemals schrauben dich. Ein einfaches Hände. Die Musik. Nee, 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 warte mal. Das finde ich jetzt ja nicht so toll. Da muss ich das von seinem Blickwinkel abhängig machen. Und den zweiten hole ich mir auch gleich, sobald die hier wieder umdrehen. Kann der soweit schauen. Gleich nicht mehr. Kommt der jetzt her ihn suchen? Genau, komm ein Stück weiter bei mir. Such. Nee, du musst schon. Lauf doch mal den Weg ab, den dein Kollege auch abgelaufen ist. Ich bin mir sicher, da wirst du fündig. Nein, 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 die andere Richtung. Kooperate und Kage-Sana wird dich hervorrufen. Wir helfen ihnen in irgendeiner Weise, wie wir können. Schade. Okay, dann warten wir, bis er in die andere Richtung läuft. Dann gehen wir hier erstmal wieder zurück. Warte mal. Gehen wir doch erstmal hier rüber. Und schnappen uns den hier. Nee, wir schnappen uns erst den mit ihr. Machen wir das so. Wir gehen hier mal rum. Ihr könnt ja nicht nach oben schauen, anscheinend, äh, klemmt euer Visier, dass ihr mich hier nicht seht. Aber das nutze ich gerne mal aus. Und dann werde ich mir den Bengel nämlich einfach mal schnappen. Und der da oben muss auch weg, sehe ich gerade. Seht ihr mich da hinten? Nee, perfekt. Wieder zu gierig gewesen. Der kommt gar nicht so weit drinnen da. Das ist ja doof. Naja, gut, dann gehen wir hier erstmal außen rum. Auf meinen Weg. Springen da rüber. Gehen da hoch. Erstmal da oben diesen Posten da weg. Die Musik beginnt. Ah ja, Dodo, du kommst schon mal her. Ich werde dich hier. Ha. Ich bin nicht so agile. Ach so, nee, wollte ich mit dir auch gehalten. Alles gut, bleibt da stehen. Aus der Seite. Das hier wird niemand sehen, angeblich. Kann ich das jetzt hier einfach runterspringen? Also, dass hier kein Weg ist, ihn niederzumachen, halte ich ja jetzt mal für ein Gerücht. Ah, da ist es okay. Nein, er kann es nicht sehen, aber er kann es vielleicht verschwören. Ach so, jetzt komme ich da nochmal hoch, oder was? Kann ich da nicht irgendwie hinlaufen und dann da rüberspringen? Also, da könnte man jetzt aber schon, also, ne? Da könnte man jetzt aber schon durchgehen. Ich will es ja nicht so sein. Nurfalls müssen wir uns hier einfach rausschleichen. Was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Ich wollte mit da... Ach, genau, mit ihm wollte ich mal schauen. Nee, das geht hier nicht. Wenn ich mit ihr hochkommen könnte, würde ich sie da oben hinstellen und dann würde ich hier den Shuriken werfen. Dann wären die zwei schon mal weg. Das Problem ist, das sieht er noch, ne? Den Bengel habe ich auch ganz vergessen. Hm. Müssen erst mal die zwei da weg? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, nee, nee, nee. Du kommst auch wieder raus. Warten wir mal, bis der Samurai wieder weg ist. Ihn würde ich so gern abwerfen. Aber das geht gerade nicht. Ich gehe in. Ach nee, da bleiben sie eh nur wieder stehen. Ich müsste entweder die zwei gleichzeitig ausschalten. Oder die drei irgendwie gleichzeitig ausschalten. Der läuft da hoch. Jetzt soll ich wieder vergessen, Aiko zurückzuziehen. Ich gehe in. Du siehst nicht einen Weg. Mein Blatt ist scharf. Da oben entlang, dann da wieder runter. Dann da hin. Du bist bereit für den Shogun. Wenn ich dich in diesem Verminung finde, auf meinem Weg zu deinem Kopf. Bitte, mein Herr. Ich werde dich nie wieder wegziehen. Glorie, Aiko. Oh, wieso kommt es nur da raus? Darum habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, wieso hat sie sich denn nicht geduckt? Oh, da kann ich hier hinten. Wenn die zwei hier aus dem Bild laufen. Wie weit geht er? Also, testweise. Da habe ich die Rechnung ohne den Samurai gemacht. Aber von der Idee her. Ich warte, bis der Samurai da hinten am Reden ist. Dreht er sich um? Ah, leider dreht er sich um. Oder sieht er das jetzt wieder? Nein, das sieht er nicht. Das heißt, jetzt... Oh, jetzt kann ich mir ihn schnappen, wenn er wieder nach da hinten läuft. Siehst du? So Stück für Stück. Ein präziser Nadelstich nach dem anderen. Der geht jetzt da wieder zurück. Und dann sagt er gleich, oh, wo ist mein Kollege? Ich weiß es nicht. Das heißt, es ist ein Präziser Nadelstich. Ich kann auch bestimmt genau. Wenn der jetzt wieder zurückkommt, wobei ich kann mich ja noch bis in den Busch schleichen... So geht's schleichen schon mal nicht. Ich werde silent. Ich werde silent. Ich hätte doch gerade den Stein nehmen können, aber ich hätte da gar nicht dran gedacht. So, schauen wir mal, ob das jetzt hier so geht. Sobald der nochmal nach hinten schaut. Sobald der Zeit... ...dann wir das schon mal... Hier können wir, glaube ich, auch nochmal ein Gespräch auslösen. Genau. Dann schauen wir hier nochmal rein in die Abzeichen. Keinen Sake nutzen und die zwei Verkleidungen. Ich meine theoretisch, sollte jetzt... Ich erinnere mich, das letzte Mal, dass ich eine dieser hatte. Nichtsdestotrotz nicht, dass ich mich aufzuhalten habe? Ich bin curious. Die meisten Shinobis wissen, dass sie sich selbst verkleidieren. Sind Sie eine rare Exception, Hayato-san? Was ist der Punkt? Warum riskieren Sie es, wenn Sie nur in einem Buss hängen können? Unsere Unterschiede in der Training nie zerstört mich zu überraschen. Siehste? Das habe ich mir nämlich jetzt, in dem Moment, wo ich es aufgehoben habe, fast schon gedacht, dass sie sich gegenseitig aufheben. Weil ich kann zwar hier noch hingehen und kann mal die holen, aber die gilt ja jetzt schon als nicht mehr geschafft. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Vor einer knappen Minute. Weißt du was? Ich speichere... Ne, ich speichere das nochmal. Ich lade das hier nochmal. So, wenn ich hier reingehe. Aha. Dann machen wir das einfach so. Dann lassen wir hier diese Verkleidung liegen und holen uns oben die andere Verkleidung. Dann machen wir das so mit den beiden... ...beiden Abzeichen. Weil ich wollte jetzt eigentlich sagen, okay, ich würde halt dann nochmal auf Normales nochmal durchspielen bis zu der Stelle, zeigen, wie wir das Abzeichen kriegen. Aber wenn wir das hier dann so lösen können, ist das ja auch kein Problem. Mache ich zwar nicht so gern, weil es dann für mich persönlich so ein bisschen wie geschummelt anfühlt, sage ich mal, aber... Ich weiß jetzt auch nicht, warum sich die zwei Abzeichen irgendwie sperren. Also klar, von der Zählung hier heißt das, nimm entweder hier oder hier das Ding, aber... Ich meine, es verbietet mir ja keiner, quasi auf zwei Wäscheleien zuzugreifen. Aber okay. Ist kein Problem. Habe das hier noch ein bisschen knackig hier, die ganze Zeit ohne... Verkleidung, aber alles andere wäre ja auch langweilig. Oh, ich weiß, wie wir das machen. Ich glaube nicht, dass wir da noch Zeit rechtzeitig da sind. Ich kann nicht da gehen. Kass. Weil, dann spare ich mir hier schon mal für den Samurai wieder was. Kein Ruhe. Passt das, wenn ich das hier runterwerfe? Er ist sogar dafür direkt stehen geblieben. Wunderbar. Findet das niemand merkwürdig? Na gut, wenn das niemand merkwürdig findet, würde ich mal schnell... Würde ich mal schnell hier... Oh, doch, er kann es sehen. Ich habe kurz gedacht, es sieht mich, weil die Wurstfinger wieder mal nicht so wollten, wie ich wollte. Das zählt ja auch als Verstecken. Wobei ich nicht weiß, könnt ihr die in den Gebäuden finden, wenn wir die da reinlegen? Ich vermute mal nein. Quiet.